Auf den Tag genau sieben Jahre nach Katrina hatte Hurricane Isaac mit seinem Zentrum die US-Südküste erreicht. Dabei bewegt er sich nur sehr langsam nordwestwärts. Zwischenzeitlich war der Sturm sogar praktisch stationär. Somit sind immer wieder dieselben Gebiete von Sturm und heftigen Niederschlägen betroffen. Dies ist auch im Radarbild sehr gut zu erkennen. Gelbe und orangene Farbtöne zeigen dabei heftige Regenfälle an. Insgesamt sind bis Freitag teils über 400 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Vergleich, in Köln fällt in einem ganzen Jahr nur etwas mehr als 600 Liter Niederschlag. Die Kombination aus andauerndem Sturm und Starkregen erhöht die Gefahr von Überflutungen. Derzeit sind im Großraum New Orleans entsprechende Warnungen aktiv, hier durch die grüne Markierung gekennzeichnet. In den nächsten Tagen wird Isaac dann weiter ins Landesinnere ziehen und sich dabei abschwächen. Aber auch wenn er dann nur noch ein normales tropisches Tief ist, entlang seiner Zugbahn ist weiterhin mit heftigen Regenfällen und Überflutungen zu rechnen.